Willkommen im Seetankwald. Ein interessanter Ort mit vielen Sehenswürdigkeiten, wenn man sich nicht vorher verläuft. Ein interessanter Ort mit dem Sehenswürdig sind. Oh, oh, oh! Das war's für heute. Hi, Mrs. Puff. Sind die anderen Fahrschüler auch hier? Nein, Spongebob. Wie kommst du denn darauf? Glaubst du, etwa wir wollen uns vor dir bestecken? Mach dich doch nicht lächerlich. Ich sammle Holz für den Winter. Ja, genau. Oh, kann ich helfen? Du musst mir in einer anderen Sache helfen. Diese Roboter haben alle Schüler, ich meine natürlich Camper, in den Wald verjagt. Jemand muss hinter ihnen her und sie finden, bevor der Förster kommt. Ich werde sie für sie finden, Mrs. Puff. Ich bin der richtige Schwamm für diesen Job. Danke, Spongebob. Ich werde dir eine schöne Belohnung geben, wenn du sie alle gefunden hast. Terror hoch drei. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der gravel. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Zug, schön. Kannst nicht nehmen. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. 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 Oh! Waaat? Waaat? Tutsch! Muss Schalter drücken! Muss Schalter drücken! Muss Schalter drücken! Muss Schalter drücken! Hallo, Lenkugel! Oh jeez, oh jeez, oh jeez! Oh jeez, oh jeez!